Hallo und Willkommen zu Davio Comics. Heute bin ich hier, um sozusagen anzubieten, euch online zu coachen via Skype oder Facebook oder was auch immer. Der Lockdown ist da und ich wollte eigentlich an den Schulen sozusagen Comic lernen, aber das wird jetzt, ich weiß nicht, wie gut das möglich sein wird. Und deswegen, wenn ihr interessiert seid, eigene Comics zu machen oder besser zeichnen zu lernen, wenn euch zum Beispiel das hier gefällt oder ihr schon über drüber nachgedacht habt, ich würde gern so zeichnen oder besser oder würde gern meinen eigenen Content gerne machen, dann ist jetzt sozusagen die Zeit. Ich würde euch online coachen via Facebook, Skype und euch einfach begleiten, wie ihr sozusagen von der Idee zum fertigen Produkt kommt. Also praktisch auch, wie ihr das hier druckt, wie ihr es schreibt, wie ihr es koloriert, wie ihr es zeichnet. Ihr müsst auch nicht alles selber machen, aber ich wäre sozusagen euer Mentor und Coach und würde euch alles sagen, was ich weiß und sozusagen Wissen hergeben und euch auch sagen, was mir geholfen hat, was gut war, was schlecht war. Ganz klar, dass ihr dann praktisch von diesen Skizzen, rohen Skizzen zum Beispiel, zu fertigen Produkten kommt, wie zum Beispiel dem hier. Und bei mir ist natürlich auch eine Steigerungskurve drin, aber Zeichnen kann man lernen, Schreiben kann man lernen, mit Schreiben meine ich Geschichten schreiben und es muss auch nicht immer alles perfekt sein, man sollte starten und anfangen und dann weitermachen und nicht aufhören und wie sagt man, aufeinander, also praktisch bauen, Brick by Brick, wie sagt man, Ziegel für Ziegel und dann einfach immer weitergehen. Und wenn euch das gefällt und wenn ihr sozusagen ein bisschen Budget habt und Lust habt, irgendwie weiterzukommen und ihr braucht einen Lehrer, dann biete ich sozusagen jetzt an, ihr könnt mich anschreiben, ich werde glaube ich mein Facebook da lassen oder meine E-Mail und dann könnt ihr mir schreiben und dann können wir gucken, wie der beste Kommunikationsweg ist und dann, ja, können wir sozusagen daran arbeiten, euch aufzubauen und zu gucken, wie ihr besser zeichnen könnt und, ja, das ist sozusagen kein Hexenwerk, aber es ist ein Prozess, der sozusagen aufgebaut werden will und da muss man wissen, was gefällt euch, wo wollt ihr hin, wo steht ihr gerade und dann helfe ich euch einfach da hinzukommen, so gut ich kann und ja, es gibt für alles einen Weg und das ist sozusagen mein Angebot heute und dann sage ich sozusagen Ciao für heute, bis bald, ich arbeite momentan an Commissions und sozusagen auch am Comic, das stockt ein bisschen, dazu mache ich jetzt hier noch sozusagen ein Acryl auf Leinwand weil ich ab und zu das auch ganz cool finde, wenn man einfach Illustrationen auf Bilder sozusagen bringt und verbessere sozusagen einfach meine künstlerischen Eigenschaften und lasse das überall einfließen also, wir sehen uns bis bald, schreibt mich an, wenn ihr jemanden braucht, der euch mentort und ja, wegen den Kosten, ich weiß noch nicht, ich würde immer gucken, dass es erschwinglich bleibt für jeden und dann müsste man dann gucken, wie euer Budget ist, was ihr geben könnt, was ihr geben mögt ich bin auch ein Fan von bezahlbaren Sachen und ja, denkt drüber nach, fragt mich einfach an, seid dreist und macht euren Traum wahr, bis bald